Ja und Hallöchen meine Freunde, Nob ist wieder da. Ja, lang hat es gedauert, wa? Aber naja, man muss ja auch mal Prioritäten setzen und sagen, nee, heute nicht, da nicht, geht nicht. Wegen Hals und Drachen und kannst du nicht und wenn das nicht verschlimmert und du willst Urlaub machen und so kannst du halt nicht und nö. Ja, jetzt ist er wieder da und er ist zurück. Und bevor ich hier jetzt mit der Aufnahme richtig los starte, weil ihr habt jetzt ein kleines Schwarzbild schon, das tut mir echt leid, nur eine kleine Ankündigung nochmal. Das Spiel wird jetzt ganz normal weitergesetzt, äh, fortgesetzt, ist ja klar. Und ich werde jetzt mal versuchen, das mit Intro und Outro zu machen. Also wie bei so einer ganz normalen Serie wie King of Queens oder Scrubs und Hasten hier sehen, wie sie alle heißen, die ganzen Serien. Dass halt so ein kleines Intro hast und, äh, dann kommt schon wie so eine Art Titelbild, damit ihr wisst, was heute für eine Folge kommt. Und dann nochmal ein Outro. Ich wollte das halt schon immer mal probieren und jetzt zeige ich halt die Möglichkeit dazu und darum, ja, testen wir es einfach mal, ob das gut funktioniert, ob das scheiß ist. Das sind ja dann die Kommentare, hoffe ich doch, wo man das dann reinschreiben könnte. Damit ich das auch weiß, ob das gut ist oder nicht. Und, ja, dann fangen wir jetzt mal an. Jetzt habt ihr wieder ein Bild. Ach, ne, Quatsch, das labere ich denn. Ne, jetzt habt ihr ja erst mal Intro. Also jetzt Intro für euch. Und, ja, dann habt ihr ja erst mal ein Bild. So, und da sind wir wieder im Game. Hey, ja, hey, ich bin auch wieder da, ne? Geil, schön. Jetzt kann ich mal Sachen machen. Achso, ich wollte ja mal was gucken. Fuck, ich hab das ja nicht gemacht. Jetzt muss ich hier mal wieder, ich wollte ja eh und scheiße. Ich will erst mal kämpfen. Okay, ich dachte, ihr sagt noch einen tollen Spruch, aber, ja. So, ich muss ja mal gucken, wo wir jetzt stehen. Wie wissen Sie, weil ich hab ja gefühlte 28.000 Jahre nicht gespielt. Deutsch, da sei noch nix. Donnerstadt war ja auch noch nix. Makalania, da hab ich alles. Insel Bikanee hab ich alles. Stille Ebene hab ich sowieso alles. Vergiss ne Krrrrrrrrrrrrrrratte. Aiaiaiai. Ähm. Ähm, Bergagazet. Ja. Omega, da war ich noch nicht. Gebietssammlung spezial. Wir könnten ja mal die vergessene, äh, Skiorte machen. Dann sind wir nämlich hier grad in der Nähe. Bevor ich das mache. Ich hab keine Ahnung, was ich für Ausrüstung hab. Dom Tierschwert. Käfig, Käfig, Käfig. Alles Käfig. Ähm. Nee, Quatsch. Ähm, ähm, ähm. Rico hat den Hasenarm noch dran. Gut, dann können wir ja schon mal loslaufen. Äh, äh, ähm. Und, oah. Und Nasenkribbeln und ii. Und, äh. Alles voll kribbelig hier bei mir. Ich hab irgendwie ne klitzekleine Allergie gegen irgendein Kraut, was gerade wohl am Wachsen und am sich Verbreiten ist. Und keine Ahnung, da läuft mir ja immer die Nase. Falls ich jetzt die ganze Zeit nochmal... ...mache, das ist ganz normal. Das sind, äh, Geräusche, die jeder normale Mensch macht. Nee, einfach verzeihen. Vielleicht muss ich nochmal zwischendurch die Nase schnurren. Ja, da hinten ist schon ein Taschentuch packen. Ich hab mir alles hingelegt. Außer an Timer. Aber scheiß auf Timer. Ich schneid das einfach. Ich mach da jetzt nicht so wie Gronkh und hast nicht gesehen mit... Ja, das war jetzt die Folge. Und wir sehen uns dann morgen. Nee, so einen Scheiß mach ich wiederum nicht. Weil das macht man ja in der Serie. Oh, die sagen dann auch nicht, ich stehe da auf. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Zu einer neuen Folge von der und der Serie. Und... Nee, mach ich einfach nicht. Ich will das dann einfach so schwarz ausblenden. Dann kommt das Outro. Und dann eventuell nochmal Titelbild. Und in der nächsten Folge, bla bla bla, kommt dann dies und das und bla und das. Das wär eigentlich auch ne geile Idee. Aber dann verrate ich schon mehr zu viel. Nee, ähm... Ich hab jetzt so alle Möglichkeiten. Ich kann jetzt probieren, was ich will. Ob das nun geil ist oder nicht. Das steht ja außer Farbe. So, ähm... Ausrüstung, Rico, mach mal deine Hasenärmchen ab hier. Und hol mir doch mal meine Liste. Ähm... Liste? Oh Gott, welche waren das? Scheiße. Ach da, Tom Burry. Sieht's ja gut aus. Natürlich hab ich auch... Doch, oh, ein Stück hab ich auch. Alter, das ist doch alles so von der alten Aufnahme. Hä? Ich spiele es nur 40 Stunden. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist doch völlig unmöglich. Muss noch schon über 100 Stunden normalerweise sein. So. Schweigechse. Ich will das mal gucken, was jetzt hier für Viecher kommen. Dann muss ich ja eh noch in die Höhle rein und, äh, da ist richtig Bock drauf. Weil Tom Burry und so, wow, äh, ja. Huch, hat schon Eis auf die Öhrchen. Ein Hinterhalt, oh weh, das wird jetzt richtig Hardcore. Ja, 600, Wahnsinn. Boah. Oh, vergiftet. Vergiftet, das ist nicht so geil. So, was ist das hier? Ein EP, hast du hier gehen. Toll, nur mal suchen hier. Ja. Ach du Scheiße. EP hab ich schon mal. Dann kann ich ja alles vernichten. 2002. Das waren doch Jahre. Boah. Ach stimmt, der Junot zieht jetzt schon ein bisschen mehr ab als früher. Ich bin gar nicht mehr gewohnt, ey. Diese Grafik. Alter, ich hab ja echt... Wie lange hab ich die Let's Place gemacht? Seit... Weiß ich wie lange. Wie viel zu lange. Was man mir das noch hat, z-z-z-z-zeit hat. Was hört ihr da... Und vorhin das Geile ist ja auch... Ist auch immer schön zu sehen, wenn man, äh, keine Let's Plays macht, sind wirklich gar nichts hochlebt. Und das einfach mal so stehen lässt im Raum. Äh, dass die Leute einen trotzdem weiter abonnieren. Das finde ich irgendwie lustig. Boah, was sind das denn, was sind die Viecher? Schweig, Exel. Hab ich schon gesehen, hab ich schon alle. Skiddiu. Weg mit euch. Und adieu. Boah, nicht attackieren. Böde Sau. Hat er da 5000 abgezogen? Oh mein Gott. Und dann wird eine Kämpferin. Ja. I know it, you know it. Oh, I know it, I know it. I know it, I know it. I know it, I know it, I know it. I know it, I know it, I know it, I know it. I know it, I know it, I know it. Wow, Teichenduster, da fehlt mir noch. Ein einziges, oder? Ich hab keine Ahnung, das ist so geil, ich hab das so geil gestrichelt. Warte mal, eins, zwei, ah, jetzt hab ich alle fertig und das andere ist, glaub ich, Neetalk. Yo. Neetalk, Strich, nur mal, aber wisst ich was. Yo, Neetalk. Teichenduster, wo ist Juna, macht mich stolz. So. Reflekt, oh wow, das wird jetzt noch viel helfen. Ja, das hat viel geholfen. Hab man ja gesehen. Ich geh ein Level ab. Und das geht ab, ab. Wir haben Level ab, ab. Happy. I love happy. Ach ja, jetzt war ich wieder ganz vergessen, was wir gucken. Ich bin ein Trottel. Schreibt es mir auf die Stirn. So. Treffer hoch drei. Äh, Moment. Ich muss mal kurz blättern. Wo bekomme ich das denn her? Diese gewisse Sache, die ich jetzt nicht verrate. Oh. Weil ich Schluck auf hab. Ne, ähm. Kacke, wo ist nicht der scheiß Index? Komplettlösung. Wichtige Begriffe. Ne, das suche ich nicht. Scheiße, wie heißt denn das nochmal? Wo ist es denn? Das ist ein scheiß Inhaltsverzeichnis übrigens. Aber damals waren die noch nicht so übermäßig wie bei Fallout und so. Wo ist denn hier das scheiß Haar? Ich seh's gar nicht. Aha, gibt's gar nicht. Auch nicht schlecht. Äh. Da guck ich mal bei E-Teams nach. Oder bei Herstellen. Oder bei Basteln. Ne, wo war. Ich hab keine Ahnung, wo das war. Halt, ich hab ja mein Inventar. Ich kann ja mal gucken, wie hieß das? Umbau. Umbau mit U. Ja, das hätte ich jetzt nicht träumen können. Auf Seite 8. Ne, das war nicht das, was ich suche wahrscheinlich. Das muss ja nicht viel weiter hinten sein. Ein paar Blättergeräusche. Na. Wieder super vorbereitet, aber ich dachte, jetzt nimmt's endlich mal auf hier, ey. Bevor hier die ganze... Ne, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Fuuuck. Wo stand denn da? War das hier so? Ich glaub, ich hab auch keine Waffe. Ich weiß ja nicht, was ich dafür brauch. Ein Vital-Schild. Keine Ahnung. Mal. Oh, Schleife. Oh, geil. Von da fast immer alle Zustandsveränderungen. Das ist... HP-Generator. Ne, wo ist denn der scheiß HP-Expander? Moment, ich hab ne Idee. Während ihr jetzt das Schöne... Ich will das jetzt unbedingt wissen, dann schreib ich's mir doch gleich auf. Ha, ja. Ich hab doch schon. So. Moment, ich bin grad in einem anderen Bildschirm. Das ist grad das Multikomplexe bei mir. Ähm... FFX... HP-Expander... Ich will nämlich mal wissen, wo der ist. Wie man den kriegt und was ich dafür brauche. Und... 30 Gigantenflügel. Ah, stimmt. Genau da war ja was. Das war ja so sau fucking teuer. 30 Gigantenflügel. Flügel. So, ich schalte mal wieder um. Ähm... Moment, ich schalte grad um. Ich hab ja hier meinen geilen Fernseher hier. Von einer Marke, die ich hoch anpreise, aber nicht verrate. So. HP-Expander. Guck, ob ich den hier schon irgendwo drin hab. Sieht gut aus. Ne. Ähm... Gigantenflügel, ne? Ach, sind wir auch schön da... Och. Och. Ne. Alter, das ist irgendwie ekelhaft. Zettel, Zettel. Da ist ein Zettel. Wo ist jetzt mein Stift hin? Der ist verschwunden. Da ist er ja. 30 mal... Giganten... Flügel. Ich will mal kurz aufschreiben. Bei der Monster Farm bekomme ich die. Das tut mir echt leid, dass ich das jetzt schon wieder mache. Monster Farm. Bei Morbul. Bestechen. So, bei Morbul. Ähm... Was haben sie? Ach ja, bei diesen Chocopo-Dingsbums. Chocopo-Rennen-Tempel. Aber so Stichworte auch scheinbar, wie ich weiß. Aha. Das Chocopo... Ich hab Chocopo-Rennen geschrieben. Scheißegal. Ja, jetzt geht's weiter. Ah. Lama. Lama. Äh. Was haben wir jetzt? Ein unglaublich... Keine Ahnung, das ist... Ein wahrer... Lala. 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 Das andere vielleicht eh schon fällig. Dankeschön. Und stürmend. Fälle. Ein Barock-Schwert. Das ist doch aus der alten Musikzeit. Oh, hier ein Giftnebel. Oh, geil. Gleich mal einatmen. Hier, ein Schreckgespenst. Wuuuuh. Alter, fangen wir jetzt ganz, ganz wenig. Was? 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 Yes. Hör doch, wuss die Nase schnauben, das war ja jetzt voll ins Mikro. Das klingt so. Ja, jetzt nicht für mich ein bisschen wegdrehen. Weil ich kann das Mikro nicht schalten, weil wenn ich das machen, gibt es ein geiles lautes Geräusch. Ah, taufrisch wie ein Babyfurz So Kabelbegrün hier Wenn ich jetzt schon drüber fahre Wir haben 800.000 Ich habe ja irgendwas gesagt Von Morbull bestechen Wenn ich das Morbull bestechen will Und Gigantenfügel daraus bekommen möchte Brauche ich 1,6 Millionen Dafür kriege ich nur 3 Also, ja, total sinnvoll irgendwie Stimmt, in meiner Konkette Nein, jetzt ist mein Phil rausgefallen Ich mag mich das, Hasse Jetzt habe ich wieder leiden Umgebittert Monster, Monster Ich glaube, ich habe gerade gehört Ich habe gerade noch einen Bildschirm Ich habe gerade noch einen Bildschirm Das kenne ich ja schon, Allos Das kenne ich ja schon, Allos Ich hätte die ganzen Monster hin Weil ich hier 25 Millionen da auch nicht gespielt habe Dann... Ah, hier sind die Monster Ja So Jetzt werden wir mal einen Kampf hier machen Damit Und weißt du Und deshalb So Vielleicht wieder gucken Ah, der hier schon wieder Allos Wir brauchen Sie 共omb! Bei PM4 Da bekomm ich sogar 4 Gigantenflügel Und ich muss 1 morbol Wie viel Geld geben? Moment Da nur 675.000 klima in drei minuten zusammen das schon ein bisschen heftig das ist ein strich der ist super wir haben jetzt so durchschnittlich das wir kennen wir vergleicht sind wir schon gut ich weiß nur noch weniger aber was ist das da ein habe ich auch schon fertig die schein ich das durchgestrichen habe ich das schon recht manche das war das giftige vier morgen das wird um einige schlimmer als hier an mann hier das hat ein augen aber dieses not api oder war auch wieder auf 4500 noch was das war eigentlich gar nicht geben dürfte ich habe keine ahnung wie lange ich in der gegessenen mühle brauchen gerade bis hier ein kommende das hier kann ich glaube ich eh nicht fangen aber darauf habe ich echt null bock weil du unweigerlich so oder so 2000 hp verlierst ging das hier darauf habe ich null böcke alter ihr schweine ja ich hab echt viel weiß magie wow wo ist meine gold nadel gold nadel da ist sie no come back to me i'm ready to fight für ein nicht stimmt ich muss ein mikro weiter vorholen moment so ah da brauche ich nicht so nah rangehen und zwei level ups unglaublich hier habe ich ja den nächsten kreis fast fertig zack so auch hat keins und sie halt was kriegst in der hinten für ne komische angriffstechnik es ist retard schock ob sie das braucht naja habe ich eigentlich hier wieder irgendwelche sachen die ich naja eher nicht so so ich könnte ja auch erst mal wieder ordnen so dann 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 auch ich glaube ich werde ich länger brauchen als wenn ich jetzt irgendwie was anderes mache ich glaube ich gehe erst mal zur blitz blitz steppe ne donnersteppe ist das eine gute idee Alter, luft immer ordentlich. Ist der betrunken, der Junge, oder was? Schalalalala, zum Flugschiff. Into der Flugschiff, da bin ich gerne. So, Flugschiff, hey. I want to go to another Ort. Und zwar zum Doys. Ich glaube, da habe ich noch gar nichts gehabt, ne? Juicy. Die Chance, die Sie. Alter, das ist schon ein Räber. Naja, weiter. Ich gucke meine Liste hier. Alter, wie die aussieht. Ach ja, als Enderkennung muss ich hier auch noch machen. Und, oh mein Gott, es ist noch so viel zu tun. Ach, das sind wir schon. Ach, hier habe ich doch auch schon mal, ne? Da habe ich doch bei der Dings weiter geschrieben, anstatt bei der... Und hast du nicht hier sehen? Genau. So, andere Zettel. Biss ja auch, sieh. So, das ist Mini-Raptor. Kommt aus Rapture City. Ja. Mini-Raptor, da haben wir... Dann sehe ich da ein Fungo-Bongo. Fungo-Ongo-Strich und Teilchenrot, ne? Jawohl. So, alle kriegen einen Strich. Ins Gesicht. Oh, wir haben wieder in der Ecstasy. Und, Jula, du schaffst das. Woo. Wir sind gut. Wir sind so gut. Aber wir haben den Flap gehabt, ne? All right. So. Und wir lang für den Kreis. Denn uns ist hier heiß. Yeah! Und ein Mini-Raptor. So wird man schneller reich. Und, Pats. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Wir testen es einfach mal. Yo, locker. Wir schaffen das. Und im Kreis rennen. Und im Kreis. 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 Und da haben wir die nächsten Kandidaten des Todes. Mini-Raptor. Zack. Jawohl. Gibt euer Leben. Ich konnte nicht helfen, dass etwas, was schlecht ist. Ich weiß nicht, was going to happen. Ich sah Sin attack Xanarkin. Du sagst, das hat 1,000 Jahre alt? Nein, wie! Du bist ein Blitzballer, nicht wahr? Ich bin ein Guardian. Ich bin ein. Ich bin ein. Was ist der Ende? Was ist der Ende? Bis sie vergruntet Sinn. Ich werde. Vergruntet Sinn. Ich werde. Vergruntet Sinn. Du wusste meinen alten Mann, nicht wahr? Ja. Das ist einfach nicht möglich. Nage sagen, es jemand ist nicht wert. Weil es ist. Vielleicht... Das war nicht so eine gute Idee.